Zum Glück gibt es in Österreich aber auch, wie wir festgestellt haben, ziemlich coole Journalisten. Und er sagt noch einmal, für mich kommt ein Beitrag der Türkei in der Europäischen Union nicht in Frage. Habe ich sie gar nicht gefragt. Ja, den Satz möchte ich in deutschen Talkshows viel öfter hören. Chapeau!